Hallo Leute, herzlich willkommen auf NassdandoGaming und wie ihr hier sehen könnt, nehmen wir den Tartus Playhouse. Ja, Tartus. Ähm, ich weiß nicht, so ganz wie das Sprit funktioniert, also bitte nicht wundern, ähm, wenn da irgendwas ist, keine Ahnung, wenn ich länger brauch für irgendwas. Ah, muss ich hier erstmal das Tutorial, fuck, Cops. Eigentlich hab ich das Spiel auf Deutsch gestellt, aber gut, ist irgendwie nicht ganz so gelungen. Ich guck gleich mal, ob es irgendwie auf Deutsch geht. Ja. Lost, Diablos. Superstar, Driving. Ah ja. Okay. Zwei Stunden später. Why are you doing this, boy? Aha, you sure. Okay, soll ich jetzt aufdrehen? Ich habe 14.000 und es ist die erste Woche und es ist das erste Jahr. Was? So ist es, die Uhrzeit. Und? 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 Ey, ich kann ihn nicht mehr so schnell drücken. Ah. Ich verstehe. Muss ich hier drücken und dann bei. Was? Your employment. Fire. Yes. Bei. Yes. Also ich soll hier irgendwo drücken. Nee, nicht feiern. Ach so, das soll dahin. So, ich muss rechts gehen. Ja, ey. Ich mach doch. Dann halt nicht, ne? Ja, also. Kann ich drücken, wie ich will? Das passiert nichts. Ah, jetzt geht es. Meine Güte, war das ne schwere Geburt gerade. Das war echt ne schwere Geburt. Okay, jetzt ist er angekommen. Jetzt soll er zur Garage. Drücken. Wow. Wow. Ich muss das erst anklicken anscheinend. Leute, nicht wundern. Ich esse nebenbei übrigens was. Also nicht wundern. So, jetzt soll er da weiter hinfahren. Boah, ich hab's auf Deutsch gestellt, aber es ist nicht auf Deutsch. Ich versteh nicht wieso. Ja, eine Garage. Da drauf und da drauf. Was soll ich jetzt machen? Hm. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Level 4. Little Birds, was? Ja, ich kann nix machen. UFO. Ja. Ja, ich versteh trotzdem nicht, was ich machen soll. Ey, dieses Spiel, ne? Das ist... Also. Hier kann ich nix drücken. Ach, ich soll das verhaben. Ah. So, jetzt soll ich hier wieder raufzucken. Alles klar. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein nice Spiel. Moment, ich kann nicht drücken. Nee, so, jetzt kann ich drücken. It's nice and shiny. Ja, das ist in der Tat. Profit. Also würde ich da mit 12.000 machen, oder was? Ja, für 16.000. Over. Deal. Okay. Deal. Thank you. Geil. Hab ich... Cheating and dealing with warm people will get you in trouble. Let's... Yes. Yes. Keine Ahnung, was das sein soll. Wann hab ich auch einmal 22.000? Muss ich nicht verstehen. Muss ich echt nicht... Verstehen. Äh, jetzt soll ich hier drauf drücken. Und aufs X wieder drücken. Ah, ja. Oder es kostet ja alles Geld. Ja, jetzt hab ich wieder einen Null. Bin arm. Leute. Ich bin... ...wieder arm. Ich habe kein einziges Geld. Das ist doch scheiße. Ja. Das ist echt blöd. Oh. Ja. Ein paar Stunden. Nee, paar Minuten später ist es, glaube ich. Oh, Mann. Boah. Äh. Anklicken und dann da hin. Ach so, der holt jetzt dieses Auto wieder ab. Ah. Also so langsam verstehe ich auf jeden Fall das Spiel. Gut, dass ich das Tutorial gemacht habe. Hm. Na, sonst hätte ich das nicht kapiert. Ja, und jetzt ist er angekommen. Bumm. So, und jetzt fährt er wieder dieses Auto zu meiner Garage. Und dann kann ich das dort wieder, ähm, fertig machen und dann kann ich es wieder verkaufen. Okay. Das ist eigentlich ganz nice. Hmm. Hm. ja ich kann den nix und klicken das ist keine ahnung was ich jetzt mache wahrscheinlich zu einem zu einer werkstatt ich habe das auto verkauft so jetzt ich hier wieder schiff plus was soll schiff plus jetzt fährt er dahin ja aber der ist der fährt doch schon hin warum dahin das auto ja jetzt wird er nämlich dieses auto wieder ab leute dieses spiel ist auf jeden fall mal jetzt kommt die polizei ja die polizei ist hinter mir her ich habe es kopiert habe ich minus gemacht hier ist doch nichts dahin fahren oder was ja ich weiß es ja der ist jetzt schön jetzt solch hier drauf das jungen ja ich kann nirgends und doch da muss ich den abholen wenn der polizei jetzt schon wieder kommt frag mich was daran illegal ist ich frag mich echt was daran illegal ist naja jetzt ist er wieder in der garage und soll ich den wieder rein getworpen sell yes listed hey so haben später ja auch was der denkt mehr Ja. Yes. Dann muss ich wieder aufs B drücken. Na, was soll ich jetzt machen? Bei Yes. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich habe jetzt mein Auto gleich sofort verkauft. Und... Ich muss hier nochmal drauf drücken. Put it up. So, jetzt kann ich es selten. Ne, kann ich nicht. Ja, egal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Ich habe es erfolgreich durchgespielt, das Spiel. Das ist nämlich noch eine Beta. Da das Spiel noch gar nicht draußen ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Haut rein, Leute. Äh, dann schaut natürlich auch auf meinen Disco-Server vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Euer Asaddo. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Uhhiu! Bis zum nächsten Mal.